Kleiner Aufwand, große Wirkung. Ab sofort sammeln die Augsburger Malteser wieder Nahrungsmittel und Spielsachen für Menschen in Not. Noch vor Weihnachten sollen die sogenannten Glücksbringer-Pakete, dann Bedürftigen in Rumänien eine kleine Freude bereiten. Wir kriegen praktisch von den Vereinen, die kriegen Mitte Oktober schon ein Anschreiben, wo genau draufsteht, wie viele bedürftige Familien dort sind. Dann kommt der Herr Bürgermeister und der Pope und begleiten diese Helfer von uns zu den Familien und dort werden die Päckchen dann persönlich übergeben. Also es ist nicht so, dass da vielleicht alles so verstreut, verteilt wird, das ist nicht der Fall, sondern die Inbegleitung und es wird vorher geprüft, ob sie auch bedürftig sind. Die Hilfe kommt also genau dort an, wo sie auch gebraucht wird. Die exakten Packlisten, die einzelnen Abgabestellen und weitere Infos zur Aktion finden Sie auf malteser-glücksbringer.de. Die Ausgabe Die Ausgabe